Ich weiß nicht, warum ich das tue. Es ist fast ein innerer Zwang, der mich dazu treibt. Vielleicht fürchte ich, wenn ich anders könnte, würde ich langsam aufhören, ein Mensch zu sein und würde bald schmutzig und stinkend umherkriechen und unverständliche Laute ausstoßen. Nicht, dass ich fürchtete, ein Tier zu werden, das wäre nicht sehr schlimm. Aber ein Mensch kann niemals ein Tier werden. Er stürzt am Tier vorüber in einem Abgrund. Wenn ihr das, wenn ihr die Hüterküterkänzt möchtet, könnt, wie die Hüterküterküterküterküterküterküterküterküterküterkütert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020